Global vernetzte Systeme sind heute nicht mehr unmöglich. Denn Fortschritt hat es möglich gemacht. Sicherheit am Arbeitsplatz zu maximieren ist nicht länger unmöglich. Technologien haben es möglich gemacht. Labore dezentral zu steuern ist nicht länger unmöglich. Seitdem wir es möglich gemacht haben. Wir präsentieren neue intelligente Labor-Regelsysteme. Autarke und vernetzte Labore sind nicht länger unmöglich. Weil wir es möglich machen. Intelligente Labor-Regelsysteme von Schneider Elektronik. Ihr Gebäude. Ihre Labore. Unsere Regelsysteme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017